Wir sind doch jetzt hier nicht ungestört. Sind wir? Oh. Und jetzt? Oh, ich weiß, dass ich das auch, was ich weiß. Es ist gut, dass ich es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut, wenn ich mich hier rauskomme. Es ist ein Teil der Reise der Reise. Findet ihr! Das ist nur ein Stück. Wir gehen jetzt in diese Richtung. Hey, bitte. Los geht's! Oh my god! Der will sich nicht veräppeln! Nein! 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 Jetzt bin ich immer in Zeitdruck und ich hab diese verdammte Lady da. Du entdeckst mich nicht! Nein! Das wollte ich nicht. Okay, die Dame ist da. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh Gott. Die Zeitung ist nicht weg. Es ist noch nicht weg. Es gibt noch einen Schuss! Oh Gott. Oh fuck. Oh Gott. 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 Wo ist die? Das verdammte Letzte? Willst du mich färbeln? Wo ist denn das Letzte? Das Letzte ist irgendwo bei ihr. Das Letzte ist irgendwo bei ihr. Das Letzte ist irgendwo bei ihr. Ist ja das Letzte nicht. Das Letzte ist irgendwo bei ihr. Ich hoffe aber die Damen gehen dann auch weg. Oh Gott. Oh Gott. Das war jetzt ein bisschen zu viel für meine Nerven. Zeitdruck und dann die ganze Zeit noch von... Okay. Dann waren da noch so viele. Oh Gott. 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 Okay. Oh Gott. 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 Gegner. Ich bin gerade schon wieder so viele hier. Oh, vielleicht hat er eine Telefonkarte gefunden. Ja, das brauchen wir, hundi. Brauchen wir. Oh, hundi. Oh, danke, hundi. Hast du gut gemacht. Oh, eine Taube. Mitteilung der Polizei. Die Polizei, Freund und Helfer, bitte lassen Sie uns wissen, wenn wir etwas für Sie tun können. Verlorne Gegenstände zurückgeben oder melden, verdächtige Personen anzeigen, jemand als Vermisst melden. Zögern Sie nicht, uns mit einem Bedarfsfall anzusprechen. Bei einer Taube. Oh, Gott, ich hatte mich da den gerade erschrocken. Oh, ne? Ich weiß. Ah, die ist weiß? Ich will ja trotzdem nur die Geister hier abgeben. Ach, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Was ist das? Oh. Anscheinend, solange wir mich nicht entdecken, hier war das okay. War interessanterweise einfach. Die haben mich nur entdeckt. Aber gut, wir hatten vorhin eine Telefonzelle gefunden. Nur, wo war die? Ah, wir haben wieder die Ambitionen bekommen. Oh. Okay, dann gehen wir erstmal da hin. Wir hatten ja eigentlich schon eine gefunden. Guck mal, wir hatten ja sogar richtig gefunden. Oh, das ist ja. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, was bist du? Oh mein Gott, was bist du denn, bitte? Will ich überhaupt wissen, was du warst? Oh. Ja, ja, ja. Ich muss erst mal... Äh, sind... Ach, wieder ein bisschen... Warum kann ich dich nicht streicheln? Äh, Hilfe. Jetzt will dir irgendjemand irgendwas fallen gelassen haben, aber... Oh, hier. Mitten im Kampf eine Aufzeichnung von Earth and Shine zeichnet das Gerät zufällig auf, als er fallen ließ. Ja. Ja. Ich bin der Mann, der sie sich über die Kürbüse Sie können sich über die Kürbüse ausführen Was ist der Kürbüse? Erich hat sich nicht zufrieden, und ich habe sie zu kämpfen Und ich habe sie zu kämpfen, und ich habe sie zu kämpfen Ich habe das Wort, Erich hat sich zu kämpfen Ich weiß, dass wir nicht so gut gehen Wir wissen, was wir nicht gut gehen Wir gehen zu Kürbüse Wir haben einen Körbüse mit einem Körbüse Wir haben einen Körbüse mit dem Körbüse Rink hat sich da etwas in die Körbüse Okay.